Ahoi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Tja, worum es heute geht, ich habe eine ganze Menge Papiere hier in der Hand. Es geht nämlich um die Wartung und das seht ihr dann nach dem Intro. Ich habe es gesagt, ich habe eine ganze Menge Papierkrams hier liegen und damit ich das ein bisschen besser ausbreiten kann, sitze ich natürlich hier bei uns in der Dinette. So habe ich die Möglichkeit, das hier schön zu verteilen auf dem schönen Tisch. Jo, worum geht es hier heute? Wir haben eine Wartung machen lassen, unsere erste offizielle Wartung und wollten euch so ein bisschen daran teilhaben lassen, wie das Ganze ausgegangen ist, was das so kostet. In dem Fall ist es jetzt nicht von Fiat gemacht worden, sondern von unserer Werkstatt Autohaus Balke in Hemmlerwald. Das ist bei Hannover und die machen genauso die gründliche Arbeit dazu und können genauso auch die ganzen Einträge in den Wartungsheften und so weiter machen, damit das alles ordnungsgemäß eingetragen ist. Was haben wir machen lassen? Wir haben eine große Wartung, das ist nach zwei Jahren. Es gibt nämlich da auch keine andere Wartung, so wie bei VW vielleicht kleine Wartung, große Wartung oder sowas. Das gibt es hier nicht. Es ist immer eine große Wartung und die findet alle zwei Jahre statt. Und ich glaube 40.000 Kilometer, wenn ich mich da nicht irre, wir machen das hier ein bisschen anders jetzt, aber da komme ich gleich nochmal zu. Was ist in der großen Wartung jetzt hier mit drin gewesen? Wir haben den Ölfilterwechsel gehabt, das Ölwechsel sowieso, das ist klar, mit Motoröl und so weiter. Wir haben Filter zwei Stück gehabt, einmal den Luftfilter für den Motor und auch den Innenraumluftfilter, den wir jetzt im Prinzip im Fahrzeuginneren haben. Der Kraftstofffilter wurde erneuert, übrigens keine Dieselpest, also alles prima, sieht alles super aus, so wie es sein soll. Dann haben wir noch den Bremsflüssigkeits-Service gemacht, der gehört dazu. Und die Automatikkupplung, da wurde natürlich eine Entlüftung gemacht, also auch dort wurde halt was gemacht. Außerdem natürlich sämtliche Durchsichten und so weiter und so fort. Jo, eine Sache kommt hier noch dazu, das ist nämlich eine Prüfung für die Gasanlage, die hatte ja eine Gültigkeit von zwei Jahren. Hier habe ich diese ganzen Prüfberichte und unsere Gasanlage hat mit Bravour bestanden. Also alles gar kein Problem gewesen, alles super gelaufen, ist eine Sichtprüfung gemacht worden und so weiter. Und wir haben jetzt wieder zwei Jahre weiteren GasprüfungstÜV. Ja, streiten sich auch die Geister, will man das machen, will man das nicht machen, muss jeder für sich selber sehen. Ich finde es ganz gut, so kann ich der Versicherung auch sagen, wenn mal irgendwas ist. Ich habe da was in der Hand. Jo, was hat das gekostet? Ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant. Gekostet hat das ganze Spaß mit Mehrwertsteuer Tutti Kompletti 810 Euro. Wie gesagt, da sind jetzt allerdings auch nochmal 55 Euro für die Gasprüfung mit drin. Mittlerweile ist das auch recht teuer geworden. Aber so ist das halt. Ja, Auffälligkeiten gab es nicht bei dem Fahrzeug. Ist alles so gelaufen, wie es sein sollte. Also wir haben auch keine Probleme damit und freuen uns jetzt wieder, dass Buggy wieder einen neuen Anstrich hat. Hätte ich beinahe gesagt. Ne, eine neue, sich wieder die Kur sozusagen wieder wohlfühlen darf. Jo, was machen wir in der Zukunft? Ich habe ja gesagt, wir handhaben das ein bisschen anders. Wir werden alle zwei Jahre tatsächlich diese große Wartung machen lassen. Das ist genau so, wie es auch vorgeschrieben wird von Fiat in den Wartungsplänen. Aber wir werden noch zusätzlich was einmal im Jahr machen und das wird der Ölwechsel sein. Wir fahren so um die 20.000 Kilometer und einmal öfter Ölwechsel ist besser als nicht. So sehe ich das zumindest. Muss auch jeder selber wissen. Das müsste ja auch nicht alle der gleichen Meinung sein. Aber dieses Geld gebe ich gerne aus, damit ich vielleicht auch länger was von dem Motor habe. Denn das Öl verschleißt ja dann doch irgendwo. Und ja, wird übrigens auch von den Autodoktoren empfohlen. Alle 15.000 Kilometer zu machen oder halt, ja genau, was hat das gekostet? Der Marcel, der weist mich drauf hin. Also der Ölwechsel selber, der kostet 152 Euro. Und dann haben wir noch den, die Ablassschraube mit 10,22 Euro. Dann haben wir noch den Ölfilter mit 25 Euro und das Motoröl mit 110 Euro. Ja, das sind halt die Kosten, die dazukommen. Also das sind so 300, ja knappe 300 Euro. Das ist halt so, aber die ein bisschen mehr als 300 Euro. Aber die sind es mir auf jeden Fall wert. Und ja, da habe ich vielleicht länger was von dem Fahrzeug. Ich sage Bäumchen, wechsel dich. Das Papier habe ich losgeworden, brauche ich nicht mehr. Und von daher kann ich mich jetzt wieder hier hinten hinsetzen und es mir gemütlich machen. Ja, einmal natürlich, wenn ihr eine Werkstatt im Raum Hannover oder beziehungsweise Raum Peine oder wie auch immer sucht, wir können euch definitiv Autohausbalken empfehlen. Die kümmern sich wirklich sehr, sehr gut um euer Fahrzeug. Und auch wenn es irgendwas gibt und so weiter, dann haben sie auch Verbindungen, wo man halt vielleicht nochmal was in Erfahrung bringen kann. Und Reparaturen natürlich sowieso. Also ist eine super Werkstatt und Kundenservice stimmt bei denen, die informieren dich vernünftig und so weiter. Wir sind da auf jeden Fall sehr zufrieden und sind dankbar, dass wir Autohausbalken haben. Ja, aber jetzt nochmal eine Frage. Wie macht ihr das? Wie läuft das bei euch mal mit dem Service? Kostet das auch so viel? Habt ihr vielleicht weniger Kosten, weil ihr vielleicht irgendwo in einer freien Werkstatt seid? Fahrt ihr zu viert? Oder macht ihr auch Ölwechsel einmal im Jahr? Würde uns brennend interessieren. Also schreibt das ruhig mal rein in die Kommentare. Da kann ja auch dementsprechend eine ganz interessante Feedback-Runde entstehen. Und so haben auch alle anderen was davon. Ansonsten, glaube ich, bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Also kostet nichts. Kennt ihr ja. Die Glocke könnt ihr auch aktivieren. Dann erfahrt ihr immer dann, wenn es ein neues Video gibt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wir sehen uns bald wieder bei einer neuen Folge auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.